Hey, du bist allein, hast keine Freunde, fühlt sich dick hässlich, verzeih, versuchst du den Mande des Lebens? Dann melde dich im Channel nebenan, hier ist kein Platz für dich. Sorry, dass die letzten drei Videos in der falschen Qualität gerendert wurden und so. Klingt audio und denk scheiße und es kam einmal sogar ein Soundtrack vor. Entschuldig das, aber ja, ja, jetzt wird alles wieder... Jetzt kehrt alles wieder zum Alten zurück. Ich habe den Sprachjet jetzt dauerhaft deaktiviert für mich. Aber ich kann nicht erst auf die Idee irgendwas zu sagen. Hm, ich habe gar keine Taktik für die Map. Weil, wieder eine Idee. Und das tust du nicht. Auf. Du bist mir mehr oder weniger sicher. Um, num, num, num. Wenn ich jetzt gerade gestunt habe, konnte ich nicht sehen, wie lange ich die Stunt schon gehockt habe. Finde ich schade, aber sonst hätte ich jetzt einfach so einen Vierokok haben können und dann ein Triplekill mit dem Nate. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich w BOB, Hettawkar. Ey K, A, A. È irre. Es geht jetzt. Ich werte. Okay. Hm. Ich wüsste nicht. Er ist weg! Und auf geht's. Der Luster ist so useless auf der Map. Ich muss aufpassen, dass ich mich ja gut selber protecte. Ich weiß, dass ich am Ende noch sterbe oder so. Ich habe alle Tarkets für die Möglichkeit. Hellfire weg. In den Tarkensors zu beobachten, dein Objektiv. Rival weg. Rival. Multiple enemies from Tactical. Wow, zum Glück ist der so ausgewiesen. Ich glaube, die können da gar nicht zu mir. Das ist auch toll. Die Folge der Waze der Glitcher nennen oder so. Erstmal die falsche Taste. Ich würde mich erst fliegen und dann Raketen schießen. Gut. 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 Amm! 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 Wow Ich muss gleich bestimmt wieder Musik vorspulen? Ja natürlich wieder, ich muss sich Musik vorspulen Hä? Entschuldigung ich kann ja durch den Balken hüpfen Und ich brech mir hier nicht den Schädel bei LOL Dann tanze ich ein bisschen LOL Okay das sieht jetzt nicht so aus wie tanzen Das sieht erst so aus als ob ich das im G-Grad wie so ein Baby halte und so langsam in Schlaf wieg Ah Babyfeuer Peng 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 Schießt Baby schießt alles kaputt LOL LOL Hitbox OP Okay Ja 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 Oh, schade wäre cool, wenn ich das hinbekommen hätte. Oh, oh, oh. Zählt nicht, okay? Ich darf jetzt halt den Todesvorteil nicht ausnutzen, dass ich jetzt wieder Munition habe. Ich muss jetzt das tun, als ob die MK48 leer ist. So gesehen habe ich dann nur Nachteile, weil ich erstens die Streak nochmal aufbauen muss. Und weil ich nochmal geboten muss, weil die Musik ist ja hässlich. Die kam schon. Ach ja, wenn nicht schon hier spawnen. So, die MK48 ist ja leer. Die Taktik-Granaten, also darf ich auch nicht mehr benutzen. Ich bin ja nur inoffiziell gestorben. Wo sind das denn scheiß Raketen, Mann? Ich komme jetzt wenigstens zur chillige Fahrstuhlmusik. Möchte. 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 Es war gerade ein Headshot, habt ihr das gehört? Wobei, ich hab's jetzt zwar nicht mehr, aber ich darf's jetzt trotzdem noch wegschmeißen. Ewe, du machst den Killer, dann zählst nicht. Dann zählst nicht. Wie klang das da gerade? Wo bist du? Wie langweilig ist'n das? Vor mir schon auf die Nuketown Episode, da dürfen wir ja nicht campen, sollen alle mit Kling rumlaufen. Das wird lang dauern, aber es wird Spaß machen. Aber die Bonus Episode wird nicht als normales Let's Play kommen, die wird irgendein andermal kommen. Weil, ich musste sehr lange auf jeden Fall warten, bis erstmal alle on sind. Ich bin auch vorne erst aufgestanden. Ich hatte einen furchtbaren Traum, wirklich einen furchtbaren Traum. Ich habe nämlich geträumt, ich hatte eine Freundin. Bäh! Nein, 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 nein. Achso, da. Ne, wenigstens ist die Musik chillig. Ich habe ihn schon. Ne, wenigstens ist die Musik. Meist nicht. ... ... ... ... Ich bin jetzt hier ganz leise, dass ihr hier schöne Musik hört, wisst ihr? Schöne Musik oder so, babababababam von der Elsat. Feine Hunde. Achso, der war noch am Leben, ich dachte ich hätte ihn gehötet. Aber der war nicht so. Oh. 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 Mein Aim ist auch off lately, ich hätte immer so ein schönes Aim, ich könnte direkt auf dem Gegner bleiben, jetzt kann ich es nicht mehr. Gehen wir jetzt nicht mehr ohne mich zu konzentrieren und ich hasse es mich zu konzentrieren während dem Zocken, ja komm 5 kills machen wir noch, ach ich habe ja schon meine Streaks, ups, dachte als ich die Hunde eingesetzt hätte, hätte ich schon die letzte Streak eingesetzt, deswegen hatte ich nichts mehr, aber egal, die 5 kills machen wir noch, was ist denn das für Musik, was ist denn das für Musik, Musik, oh so schön, hey 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 hey, Störung all 6, Musik ist so schön, so schön wie mein Traum war die, hä, hab dich doch gewolleckt, Die Waffe hat offiziell keine Munition mehr, die hier, die andere, wie scrollt man nochmal durch, ah hier, so scrollt man durch, Und ich möchte gleich wieder killen hier, aber das tut dann auch nicht, wenn ich mich jetzt noch wackele. Musik Ui, jetzt wird's toll. So sollen das Raketen machen. Die müssen nicht rulen, die müssen zetteln. Oh, ich bin viel zu weit am lieb vorgespult. Das war's schon. Wie lang war denn das, die Aufnahme? Uh, 15 Minuten. Na dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann machen wir die Musik aus und dann zeigt es auch bitte euren Freunden. Und wenn es eure Freunde nicht mögen, dann sucht euch neue Freunde. Bye, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.